Also hunderte Mal ich gesetzt, hundertvierzig habe sie bezahlt. Ist das ein Risikowert auf die nächste Stufe? 200er. Ab. Alter, ich hab's vermisst. Das ist nicht schlechtes Spiel. Wenn der mal knallt, kann ich mir vorstellen, ach so, mit sechs geht er hundert Euro zurück bezahlen. Ach komm jetzt. Und zwanzig Freispielen. Waren das vorher schon zwanzig bei dem Freispielen? Vorher, nee. Komm jetzt. Komm schon, mach keinen Scheiß. Ticker. Sanderkunden hat krank, ich bin ja bei mir vorbei, da bin ich gerutscht mit der Füße. Abend. Markus, Servus, grüß dich. 50er Bombe. Mösch, mösch. Mösch, mösch. 60 Tage. Okay, come on man. Direkt Upgrade. Nein, das war 15, das war 15 vor. Aha. Komm noch ein Skater. Noch ein Skater. Alter. Nochmal 50er Bombe. Weitermache Tumblewins. Alter, Helm noch, der Helm. Die war noch ein Skater, dann gibt's Verlängerung, oder? Alter, ich glaub die Slots haben uns auch vermisst hier. Mösch, mösch. Mösch, mösch. Sehr schön. Wissen was für die Seele mitnehmen, hier. Mösch, da ist zurück in der Mitglied der Helmgemeinde, schreibt noch und wie ist der? Ich sag nur, ich mag zwei spielen. Ich hab keine. Ja, da ist er. Da hat nur ein Fick. Galliallo, Claudia. Golden Boy. Buonasera, amigo mio. 5.6er Bombe. Come on man. Okay, okay. Okay, okay. Oh Mann, bitte. Danke. Und mit Füßen. Slava, danke dir auch und schönen guten Abend. Willkommen, Bro. Na komm schon. Ruhm noch ein Skater rein. Jawoll. Länger Bombe. Oder ja, oder nein. Nochmal fünf Spins oben drauf. Als hätten wir jetzt schon maximal 1,5-3 Spiele gekriegt. Digga, der will uns heute... ...belohnen. 20 ins. Verpasst, schade. Komm schon mal. Nimm die 15er mit. Schlag den Hammer, ja der Kerl. Ich werde das Blät. Wie gerne der Blät, werde doch... ...mhm,mhm,mhm,mhm,mhm,mhm,mhm... ...mhm,mhm,mhm,mhm... ...mhm,mhm,mhm... ...mhm... Balance, Balance steht auf 2,4.